Die Map kann der Traitor dunkel machen, dass sich nicht wunderbar ist. Sieht der Traitor denn dann noch was? Äh, ne, also es wird ziemlich dunkel auf jeden Fall insgesamt. Ich bin Detektiv! Ihr kennt ja bestimmt alle den Film Inception, oder? Ja. Ja genau, das ist die Map quasi dazu, also der Traitor kann genau das, was jetzt passiert. Hey? Jetzt passiert's! Guckt auf den Himmel! Hä? Ah ne, ist nicht passiert, okay, ist nicht passiert. Er guckt auf den Himmel und wir sterben so, weil sie hochguckt. Nein, nein, also... Das bin echt, das bin echt, das bin echt. Der Traitor hat quasi so ne rote Hand im Himmel, wenn du die anklickt, dann klappt sich so die Map bis hin um. Was? Was soll ich hucken, wenn ich inno bin? Leute, die Gegendran haben irgendwann einfach von alleine hoch? Ja, okay. Nein, nur wenn man sie wirft. Aber ich halte die ganze Zeit auf dem Schalter und wir laufen und irgendwann geht die einfach los. Wer schießt denn hier? Da oben, guck mal, da oben ist Feuer. Ich hab ein Fenster aufgeschossen. Till? Leute, ich bin hier oben und irgendwer hat geschossen. Till, wo bist du? Ich hab ein Fenster aufgeschossen, hallo. Oh, wer sitzt da? Ich bin da. Ich bin da. Da ist auch jemand im Fenster? Da läuft jemand irgendwo rum. Ich hab grad ein Fenster aufgeschossen! Oh mein Gott, ein Fenster! Wo ist der Till? 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 Till, komm mal mit. Komm mal mit. Ich will dich nicht umbringen. Also wir machen ein Bewerbungsgespräch. Stell dich mal hier hin, wo ich jetzt stehe. Achso, okay. Was? Till wird gleich sterben. Wir machen ein Bewerbungsgespräch. Ja, okay. Wir machen ein Bewerbungsgespräch. Was sind denn so deine Qualitäten? Muss man mir jetzt mal ein bisschen erzählen. Ich würd jetzt gerne diesen Flaschentrick machen, aber... Stell dich mal auf die Platte da, bitte. Äh, da stimmt jemand noch nicht wahr. Ich bin Detective, Mann. You're fired! Warum zielst du auf mich? Guck, du kannst dich nicht rausstellen, wenn du dann auf den Knopf drückst. Wuuuuh! Lebst du danach? Ja, ja, du kannst. Du hilfst auf das andere Dach. Guck mal hinter dich, Till. Hinter dich. Warte kurz. Auf dem Dach hier oben. Hallo! Das ist mir echt so unsicher. Geh rüber! Mika! Mika schießt! Mika schießt! Mika schießt! Ich hab ihm fünfmal gesagt, er soll rüber gehen. Mika war inno. Aber klar, dass er wieder inno rumballert. Mika hat auf mich geschossen, weil ich auf seinem Dach war. Ja, kannst du am Anfang der Runde gleich abknallen, immer direkt. Sonst knallt er dich ab. Nur, wenn man mir zu nah kommt. Oh, Alter! Kanzi, komm zu dir. Die wissen jetzt alle, dass ich bei dir bin. Wenn du den Detective umbringst, dann, ne? Weiß Bescheid. Hast du da alle anknacken? Das war ich, ich hab das aus mein Zimmer rausgeräumt. Hier, grad um. Wenn jemand in mein Zimmer kommt, knall ich den Appenpunkt. Weil der Micha mich angeschossen hat, weil ich auf sein Dach bin. Ja, das kann ich bestätigen. Gregor? Nicht in das letzte Zimmer gehen, ja? Da bin ich drin. Welches? Welches letzte Zimmer denn? Dann knall ich dich ab. Aber warum tust du das? Tim, sag mir doch. Welches letztes Zimmer denn? Pete würd ich's erst gleich gar nicht sagen. Kann ich auch, Raffina reingucken. Ja, jetzt wird die Map dunkel. Guckt mal auf den Himmel, guckt auf den Himmel. Aber ich würd sagen, der Pete ist es wahr. Er ist der Einzige, der weiß, wie das funktioniert. Guckt auf den Himmel. Ich wüsste auch, aber ich hab's nicht gemacht. Ich hab's aber vorhin gesagt, wie das geht, Ria. Wie geht das? Im Himmel soll eine Hand sein. Im Himmel ist so eine rote Hand für Traitor. Da kann man draufdrücken. Also das ist hier auf der Kreuzung. Warte, ich zeig's dir. Oh, und jetzt? Oh mein Gott, der Himmel. Ich glaub trotzdem, dass es stabil ist. Übrigens. Ich bin's nicht. Ria, soll ich dir das mal zeigen? Warte, komm mal. Wie mach ich noch mein Licht an? Nein, ich trau dir nicht. Okay. Ich nehm auch hier den Magnetistikkelianz so. Hier, auf dieser Kreuzung, wo ich jetzt stehe, hier gibt's ne rote Hand quasi in der Luft, wenn man da draufdrückt. Dann ist es! Fuck, ich seh nix. Ich seh nix! Wer ist jetzt noch da? Ich seh jetzt an! Ich seh jetzt an! Ich seh jetzt an! Ich hab da was getrunken. Jemand dringt. Wenn jemand wieder volle HP hat, plötzlich ist das. Ja, wer ist jetzt wieder da? Ich weiß nicht, wer da überhaupt getrunken ist. Ich bin auf dem fliegenden Stuhl. Ich garantiere euch, dass er Speed war. Warum fliegt da ein Stuhl? Stuhl. Wo ist Tils Leiche hin? Wie lang ist denn das Dunkel? Wo ist Tils Leiche hin? Ich glaub, da hat grad Tils Leiche... Obwohl, ne, ich glaub, da warste. Wo? Ah! TIL! 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 Der hat TIL wiederbelebt! Warum fliegt der Stuhl auf mich zu? Babe, irgendwie. Wie? Denn? TIL! 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 Ja, Stuhl! Geh mir nicht auf den Sack! TIL! TIL! Ich bin mit dem Tisch vor dem Tim und der hat den Tisch abgeschossen statt dem Tim. Ich wollte eigentlich gerade vor den Tür robben, aber dann ist er schon reingekommen, sorry Tim. Der Till und der Gregor waren es übrigens. Ja. Den hab ich auch angesagt. Ja. Ich hab's auch gesagt, der belebt gerade Till wieder. Der war nie tot. Der hat uns alle gekillt. Also wir standen auf der Kreuzung, ich sag zu Rea, ja hier kann man das machen. Und dann sagt die so, ja dann ist's so Till und dann fangen Gregor und Till an zu schießen auf uns. Aber ich war das ehrlich gesagt, ich hab das nicht cool gemacht. Ja, aber du hast da die ganze Zeit hochgeguckt, deswegen hab ich mir gedacht... Ja, aber das ist gar nicht da, das ist nicht im Himmel, das ist auf der Kreuzung, das ist nicht im Himmel. Okay. Auf der, ja genau, das ist auf der Kreuzung. Ich hab's einmal aktiviert. Ja, aber egal, ne, ich wusste trotzdem, dass du's bist. Ich bin wieder geteckt. Ja, aber aus dem falschen Gründen. Till, ich bin Inno. Boah, ich war halt noch nie Traitor, ey. Ja, der Tim ist Traitor, ja. Perfektisch. Ich war noch... Oh nein, das wollte ich nicht. Wenn ich gleich still bin, ist der Feed. Auf den Knopf. Drück ihn auf den Knopf. Oh nein! Ich hab noch zwei Leben. Ich hab, äh, irgendwas ist da falsch gelaufen. Hallo, Rhea, ich hab noch zwei Leben. Ich bin Detektiv. Hey, Till, warum hast du nur noch so wenig Leben? Ich bin, äh, hier runtergefallen. Aua! Jemand anders? Ich weiß es nicht. Ich hab der Insel, der ja grad auf den Boden gesorgt hat, als er mir in der hergerannt ist. Ich hab da Waffen eingesammelt noch, du Idiot. Du hast die direkt auf die Waffen geworfen. Wie kann ich denn Till heilen? Äh, mit nem Medikit kannst du kaufen, aber du weißt halt nicht, ob Till Traitor ist, ne? Das stimmt wohl. Hey, wer schießt dann? Ja, aber ich bin Netty. Und wie meinst du das mit dem, mit dem Kid? Irgendjemand schießt. Ja. Ja. Du kaufst das und dann kannst du mit, äh, links klick kannst du ihn dann heilen, mit rechts klick kannst du dich selber heilen. Oh. Oh! Entschuldigung! Woom? Ich hab was für dich, dass ich das noch so auswählen. Ja. Hahaha! Sorry! Kannst du mich heilen, Reha? Sicher, dass du... Ich hab das... Alles klar Da was? Ich hab's Was hast du? Wer lebt denn noch? Ja, das wollte ich gerade auch fragen Wer lebt noch? Ja, er lebt auch Doch, irgendwer hat die ganze Zeit auf uns geballert Ja, ich hab's Ich hab's Nein Wird davon geschossen Warum lacht ihr so? Jetzt check ich's auf Was denn? Was ist so wichtig? Oh nein! Nein Ihr behindert mich, echt ey Hi, hallo! Was macht ihr denn? Die behinderten mich Die behinderten mich alle, ey Wahrscheinlich laufen die die ganze Zeit Läuft hier irgendwer die ganze Zeit rum Und Was ist eine Terrorception? Oh, jetzt wird's dunkel Wer lebt denn noch? Wer lebt denn noch alles? Ich hab's Scheiße Kommt der nicht durch Der brennt Der kommt ja nicht durch Pfiff Oh Seckおい the EkAKE Backlight vorbei Was chirp Was sind gespannt Der l으면서 Was geht denn Der l으면서 Was ist denn Ich muss aus diesem Haus raus. Ich komme. Warte, ich mach dir die Tür auf. Ja, lass mich halt vorbei. You shall not pass. Oh, ich dreh mich. Die Tür ist auf. Nein, ich kann die Tür nicht aufmachen. Oh, hier ist eine offen. Wollen wir noch höher fliegen? Ja. Doch. Ja. 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 Sind da wo kommen da Stühle? Und auchأle Scheiss. Ey. wie geht das? Du kriegst mich niemals. Ey. Und das geht jetzt kaum. Guck mal der Micha sitzt auf dem Stuhl. Jetzt hier... Mein Gott! Jetzt sind nur noch zwei über oder wie? Nee, nur noch einer lebt. Aber man hört von einer Stuhl-Epidemie. Ja, ich sehe es. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, jetzt geht das, ich kann nicht mehr fliegen. Nein, ich habe jetzt hier auf dem Dach fest. Verpiss dich einfach, du nervste. Ich bin bei der Karm, was willst du denn überhaupt von mir? Lass mich in Ruhe, ich will nicht geschoben werden. Ey, du kannst mir Schaden zufügen, das ist nicht cool, ja? Hä? Echt? Zeitbar hat. Warum bist du die ganze Zeit auf dem Dach drin liegen? Ja, der war es dunkel, da habe ich ja dann eh nix gesehen. Ja, du musst den innocenten suchen als Traitor, du musst den töten, um zu gewinnen. Du kannst ja auch in den Tag kaufen, ne? Ich habe nur nicht gesehen, ich habe gerade eben gesehen, dass ja nur noch zwei über waren. Einer. Das war so witzig. Ja, ich und der andere halt. Am Anfang haben Cami und ich uns getroffen und sehen so, oh, wir sind Traitor. Und dann gehen wir so aufs Dach und alle auf einem Haufen so, bam bam. Und dann so, mich erballert schon wieder alle ab. Das war so geil mit dem Stil. Das war so geil mit dem Stil. Das war so geil mit dem Stil. Ja, vor allem hat er sich die Kamen da so kam. Die haben meine Tarnung voll aufliegen lassen. Und dann schimpfte Gregor so mit mir, obwohl ich bei der Kamen stand. Bist du auf die Kamen zugeflogen? So richtig gut. Ja, was hast du die ganze Zeit für einen Scheiß gemacht? Mit Stühlen rumgeflogen. Ja. Also wenn du tot bist, kannst du Items so übernehmen. Okay. Du kannst in Objekte rein. Und wenn, wenn, äh, wenn das Licht ausgeht, es gibt keine Schwerkraft mehr. Dann kannst du rumfliegen mit den Stühlen. Lustig. Hallo. Hallo, Rhea. Ich bin schon wieder Detektiv. Ja, ich will beide sein. Lass mal. Lass mal Granate. Auf dem Dach. Ist jemand gestorben? Nein, ne? Gut. Ähm, Detektive. Wer schießt? Warum schießt du? Ich hab den, äh, den Ding aufgeschossen hier oben. Warum schießt du? Ich brauch, ich brauch ne Waffe. Ich brauch keine Waffe. Der Tillis ist hinter mir. Ja, Rhea, hier. Rhea, hier. Rhea, hier. Wer hat gerade mit dem Shotgun geschossen? Wer schießt mit dem Shotgun? Wo bist du denn? In dem Wagen. In dem Wagen. In dem Wagen. Wer schießt mit dem Shotgun? Wer hat gerade mit dem Shotgun zweimal geschossen? Oh, ich hab's in dem Luft geschossen. Rhea, wo bist du? Ich hab's Wagen, Alter. Hm? Rhea, wo bist du? 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 Oh Gott. Ja, lol. Irgendwann hat man in der Pumpe auf mich geschossen. Ja, lol. Nein, ich hab in die Luft geschossen. Nee, gerade hat aber jemand auf mich geschossen. Da oben ist jemand. Warum schießt du denn die Luft? Ja, ich bin das. Sollte ich mal einfach um? Die Luft schießen ist besser als auf Leute zu schießen. Weil, um die Ecke kommt gerade jemand. Du hast auf mich geschossen. Wo seid ihr hier alle? Ich bin dafür, wir erschießen den Micha. Nein. Der Dr. Duke hat glaube ich auf mich geschossen. Rhea, Rhea, komm mal gucken. Rhea. Ja. Hier sind Einschusslöcher. Wo? Hier, bei mir. Ja. Hier sind Einschusslöcher. Und da oben war der Dr. Duke. Ja, tatsächlich. Da oben war der Dr. Michael. Und da stand ich halt auf hier oben. Warte, Leute, ich komm runter. Wer ist das da oben? Ich bin auf dem anderen da. Aber ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Ich bin jetzt in einem Hinterhalt. Der Dr. Duke ist über mir. Der Dr. Duke ist über mir. Ich bin doch gar nicht. Was ist das denn? Alter, wer ist da gerade runtergefallen? Ich bin hier. Michael ist fast tot. Hä? Ich hab... Ja stimmt, ich bin runtergefallen. Aber ich konnte die Leiter nicht bedienen. Ohhhhhhhh, rete riere. Ohhhhh, rete riere, rete riere. Ich würde sagen... Ich bin hier mit dem Tim. Tim ist auch kein Traitor, weil er hatte die ganze Zeit die Chance mich zu killen. Und hat sich... Ja, der ist fast tot, der arme Michael. Ach, da steht der arme. Na. Der Dr. Duke hat eben auch mich geschossen. Dann geben wir dem mal Nerven. Jetzt gehen wir mal hoch zum Dr. Duke und geben ihm den Knopf. Sack. Wo ist gleich der Pete? Lebt der Pete noch? Ja, ich leb noch. Ich bin die fliegende Kaffeetasse. Da ist noch jemand im Haus, ne? Ja, ich bin die fliegende Kaffeetasse. Ich bin die fliegende Kaffeetasse. Mein Platz. Schieße mit der Gold in die Tür kaputt. Oh Gott, wer schießt denn hier? Wer hat geschossen? Ja, unten, der im Haus. Der Tim, der Tim, der Tim. Ich? Warum ich? Denn du kamst von der Leiche. Welche Leiche? Welche Leiche? Nein, Tim ist es. Oh, die Carmen ist es. Nein, erzähl. Was? Warum? Tim und Carmen sind es wahrscheinlich. Warum denn? Ach so. Hey, wo seid ihr überhaupt, Lala? Nein, hier liegt ein Bumerang. Hier liegt ein Bumerang. Schau mal, hier im Eck, da hinten liegt ein Bumerang. Ja, die Carmen ist es halt auch. Ja. Leute, ich komm nicht mehr vom Dach. Wenn ich jetzt nochmal runterfalle, dann bin ich tot. Ich komm auch nicht vom Dach. Wie meinst du es am besten? Hilfe, auf mich wird gezielt und auf mich wird geschossen. Auf mich? Ich hab nicht geschossen. Doch, Carmen hat auf uns geschossen. Ich hab gar nicht geschossen. Ja, hinter diesem Eck bist du. Nein, auf dem anderen Dach, auf dem anderen Dach, Mann. Auf dem anderen Dach. Ja, genau. Danke. Ja, toll. Oh. Hey, wer wollt mich denn da runterschubsen, hm, Gregor? Man kann andere gar nicht runterschubsen, ne? Ja. Ja. Wie komm ich hier runter? Juch. Oh. Wo schießt ihr? Wo? Ja, wisst ihr was? Ich hab grad so voll auf die Karte. Sie hat nicht gesackt. Nein, ich bin Eno. Ich bin Eno. Ich bin Eno. Kack. Der hat da hinten hingeschossen. Warum? Warum schießt du auf mich? Du bist echt saudumm. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Ich bin Eno... Ich bin Eno... Ich bin Eno... Ich bin Eno... Oh, ich bin Eno... Hey, wer lebt denn jetzt noch? Ja, ich bin der Einzige, der noch lebt, also es ist nur noch ein Terrorist online. Kann man nochmal schreiben? Der Till ist schon tot, oder? Achso, er kann ja nicht mehr antworten, oder? Er will nicht. Ja, ich bin der Einzige, der noch lebt. Jawohl, wir haben die Trader runtergeholt. Ich dachte, Kami wäre schon tot. Ja, war ich auch. Achso, weil ich schieße so drüber und die so, danke. Und ich dachte so, oh, hast du jetzt genug gefehlt? Na wieder. Ja, ich hatte keine Fernzielwaffe, sonst hätte ich dich vorher schon runtergeholt, ja? Da kamen die ganze Zeit so Schüsse rüber. Ich hatte leider keine Credits mehr. Ich wollte mir eigentlich eine Märtyrerbombe kaufen, ging aber nicht. Ja, ich dachte mir das so warm hatte. Ich hab, wo du gestorben bist, dachte ich mir so, ja, jetzt geht der Märtyrer hoch, die sind so am Arsch und dann kam einfach nichts. Ja, ich musste leider den scheiß Wummern rankaufen wegen Till, weil der mir so hinterhergespurtet ist und ich dachte mir so, fuck, 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 fuck. Hatte schon keine Schrot. Fuck. Mit Schrot kannst du dir doch auch einen Schuss geben, wenn du die Tür aufmachst. Ja, hätte ich auch machen können, hast vollkommen recht. Der Till, er hat sofort gewusst, dass ich es bin. Ich wusste aber auch, dass du es bist, genau in dem Moment, wo du gesagt hast, steht da eigentlich was drauf, da wusste ich schon, dass du es bist. Ja, kann ich mir die Taste mal näher angucken? Ich bin kein Detektiv mehr. Rhea ist Traitor. No, aber egal. Ja, egal, kann man es ab. Ja. Er ist kein Detektiv mehr. Kann man abschießen. Wer kommt? Wer kommt da? Rhea kommt da. Rufisch! Ruf in die Luft. Guck. Pam, 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 pam. Der Till ist Detektiv. Ja, aber der schießt. Warum schießt der in die Luft? Warum nicht? Es ist besser, da Menschen zu schießen. Das machst du drüben. Dedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeede hallo das ist ein sehr schöner stuhl ja klar abschluss freigegeben abschluss freigegeben mitbekommen dass er das kamen gesagt hat der dog hat sie erschossen nur die leute ja ich glaube nein wo liegt die leute ich hab's nicht mitbekommen wo liegt die leute ich kann auch die leute b was hast du denn da? das labyrinth hier man, guck da ja ich dachte grad du hattest die poison gun in deinem ich hab nämlich sonst so ne rifle und möchte eigentlich nicht mit dem nackt mit rifle den nackt jetzt hau mal ab ey boah da ist in dem weg rum ja friendship beam oder die map geht zu und wenn die map zugeht dann ist es Gregor guten tag au ab warum, warum soll ich's jetzt sein? weil du die kaum erschossen hast das ist doch ganz einfach hier ist du mich ja unfair immer auf die kleinen nein ich war's nicht ich bin unschuldig ich geb's auf ich schwöre die kleine bin ich nicht du ah 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 ob der wirklich so richtig äh die war ich ja nicht die war ich ja nicht die war ich ja nicht ich möchte da oben zu ja ich wollte auch da oben wo die leute sinken jetzt muss ich irgendwas mit magnetostik durch die gegend schmeißen mach mal ja zum beispiel die leiche von der carmen ja werf die mal zu uns aufs dach damit wir sie identifizieren können das ist lustig guck micha siehst du das und ich sag nein da steht warte da steht warte da steht Tor oder so sorry du ich muss mich grad am ogen kratzen und da hast du Telefon Telefon? ich sehe einen riesigen Buchstaben salat und ich kann dir warte dir ist irgendwas blau bist du das? ja hier ist irgendwas blau bist du das? ja was die leiche von der carmen ist die leiche von der carmen ich schiebke die leiche von der carmen wer schießt? ich habe auf den Stuhl geschlossen der rumfliegen Gregor? Also in der Dusche ist kein Tisch. Gregor? Gregor ist vermutlich Traitor. Gregor, lebst du noch? Nein, das bin ich! Boah! Ja, weil ich alleine gelassen werden will. Fock der da! Einfach in der Ecke, ey! Heilige Scheiße! Gregor! Wo seid ihr alle hin? Unsichtbar! Tüte den Gregor! Tüte den! Ich hab ihn gekillt. Und er war Traitor. Der Tim ist auf keinen Fall Traitor. Ich hab nämlich gehört, wie er die Carmen erschossen hat. Mann, Mann, Mann. Wo ist die Leiche? Im LKW. Im Waffen-LKW? Mir steht grad der Micha ganz merkwürdig rum. Wie kannst du dich in ein Möbel reinversetzen? Mit E auf das Möbelste drücken. Ich weiß jetzt ne Granate auf. Boah. Ich lasse ihr euch wundern. Bewegen! Oh Gott! Ah, der Micha! Der Micha! Der Micha! Der Micha ist es! Alter, ihr seid solche Flachweizen, ey! Weil ich sag nicht bewegen und alle bleiben stehen. Der Micha fängt an mich abzuschießen und ich schreibe noch Atomie! Und dann bin ich tot gewesen. Ja, hab ich nicht gehört. Und niemand hört's. Gehört, wie er so voll auf den Tisch gehauen hat, weil er den Namen nicht mehr rauskriegt hat. Ich war beschäftigt. Musste grad Gregor killen. Und ich dachte, dann kommt niemand mehr raus, weißt du? Ich dachte, Gregor hat auf den Tisch gehauen, weil ich ihn gekillt hab. Ich dachte schon so, okay. Ich will ihn abknallen und dann kommt noch ein zweiter raus. Und dann sagt, fuck! Nee, RaceGrid ist ein anderer. Fand ich cool, ich hab mich übel erschrocken. Da sitzt da tatsächlich einer neben mir, ey. Ähm, hab ich euch irgendwie in diesem Raum erwischt? Was ist denn Raum? Da waren ganz viele in so einem Raum. Dann hab ich eine Smogranat geschmissen und einfach so durch die Gegend geballert. Hab ich irgendwie erwischt? Ich nicht. Tim, 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 komm, 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 komm. Oh ja, warte. Scheiße, wir haben sie rausgelassen. Ah, warte mal, ich bin ja gar nicht hoch. Ich bin nicht unbedingt mit dem Tim. Was? Ja, das ist bestimmt Traitor. Wer? Also, ich bin Detektiv. Oh, werde ich riech. Bei ihm schon, Traitor? Ah, er hat die Richtung gewechselt. Nein! Wer schießt denn? Wer schießt denn? Wer schießt denn? Wer da ist? Tim? Hallo. Wer schießt hier? Ich hab nicht auf dich geschossen. Wenn du auf mich schießt, schießt zurück. Ich weiß, dass du auf mich ziehst. Ja, du ziehst ja auch auf mich. Also, einer von beiden ist Traitor. Also, einer von beiden ist Traitor. Wenn es die Kamera abkommt. Wenn Tim oder er stirbt, ist der andere Traitor, würde ich sagen. Hallo, tschüss, hallo, tschüss. Oh, 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 was zum Teufel? Ah! Ja, okay. Auf mich schießt. Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Nein, nein, er hat... Alter, weil er einfach wieder auf mich schießt. Ich hab nicht geschossen. Er hat grad Doktor Dock erschossen. Und der ist Inno. Also muss er ja Traitor sein. Wer jetzt? Ich hab nicht ihn erschossen. Der hat sich gegenseitig erschossen. Der hat sich gegenseitig erschossen. Lass uns einfach mal rüber aufs Dach gehen und gucken, was er war. Aber es ist doch nur einer tot bis jetzt. Nein, Dr. Dock und Tim sind tot. Und wer? Tim und Dr. Dock. Also Gregor und Tim sind tot. Ich hab den anderen erschossen. Dann lass da aufs Dach. Und wenn er auch Inno war, könnt ihr mich erschießen. Tschüss, Micha. Warst du Inno? Tim ist auch Inno. Warte mal, wer lebt denn jetzt noch? Es lebt. Michael lebt. Trea lebt. Und Tim lebt. Ich lebe auch inno. Oh man, der war auch inno. Ja, dann knall mich halt ab. Was? Wer hat er die denn überhaupt erschossen? Oh shit. Erschießt. Du bist, äh... Was? Du hast grad die anderen beiden erschossen. Ich? Ah ne, Kami, äh... Ich bin Detektiv. Ja, geh um die Wege. Abia! Till, ich hab dich gekillt. Äh, wer hat mich denn gekillt? Ich hab dich gekillt. Wieso? Ich hab nichts getan. Ich wusste, dass du und Zreas noch sein können, weil ich selber war innocent. Und der Einzige, der noch gelebt hat, war nur Micha. Und der hat gesagt, bring mich ruhig um. Ich hab den Innozenten erschossen. Und das hat für mich klar gemacht. Aber das hat auch noch gelebt. Ja, aber die war Detektiv. Vielleicht. Micha. Micha. Micha! Micha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017